Ich habe alles an ihm geliebt. Seine Hände. Sein Geruch. Er hat mich einfach umgehauen. Ich bringe uns wieder dahin, wo wir mal waren. Versprochen, ich krieg das hin. Kennen Sie noch diese gutaussehende Lady hier? Hi. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ich kann endlich schlafen. Ich hab wieder Energie. Wir hatten Sex. Wer dieses Medikament herstellt, wird damit reich werden. Nachdrufzentrale. Ich brauche Hilfe. Kann wurde jemand ermordet? Es ist etwas vorgefallen. Was tun wir jetzt? Keine Anzeichen für einen Einbruch, keine Kampfspuren. Wo ist Ihr Anwalt? Sie hat keinen. Hat immer nur von Ihnen geredet. Ich begreife nicht, was hier passiert. Du kennst sie? Hättest du sie anders behandelt, wenn sie ein Mann wäre? Das hat keine Rolle gespielt. Dann was ist hier los? Ich gebe ihr Ablixer. Ich will sie nicht mehr als Arzt haben. Sie braucht wohl noch weitere Beobachtungen. Es wird jemand dafür bestraft. Das löst dich in Luft auf. Es wird dich verfolgen. Für immer. Ich wusste nicht, dass es immer noch so ist. Hören Sie auf! Da wurden mit Jungen gemacht. Er hat nicht nur Sie belogen, sondern auch mich. Wenn Sie nicht wären, wäre ich doch gar nicht hier drin. Ich will mein Leben zurück! Sie wissen, dass ich nicht verrückt bin. Das alles weiß jeder. Ähm, bist du wach? Vernichten Sie es, bevor es Sie vernichtet. Side-Fact Tödliche Nebenwirkungen Tödliche Nebenwirkungen Tödliche Nebenwirkungen Tödliche Nebenwirkungen